Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Lurch und Lama Podcast, dem Podcast, in dem ihr alles über das Thema Rollenspiel erfahrt. Heute wieder einmal bei mir meine entzückende Co-Moderatorin, die Shiraki. Hallo lieber Jens. Heute geht es um ein Thema, das wir in einem anderen Podcast schon ein bisschen angeschnitten haben, in unserem letzten Podcast, wenn ihr nicht den vorher hört. Das weiß ich ja nicht. In einem anderen Podcast ging es um das Thema PVP, wenn Charaktere auf Charaktere losgehen. Und heute reden wir darüber, wie das schiefgehen kann. Und zwar mit dem Thema, Alter, ich bring dich um, wenn Charakterstreit auf die Gruppe überschwappt. Und damit herzlich willkommen zum Gute-Laune-Podcast. Yay, super. Ja, es kann passieren, dass Dinge im Rollenspiel passieren, die freundschaftliche Situationen nachhaltig verändern. Die Gruppendynamik am Tisch, nicht innerhalb der Charaktere. Ja, das ist so. Und ich frage dich mal, hattest du schon mal eine Situation, wo du gemerkt hast, okay, hier arbeiten Charaktere gegeneinander, das ist noch in Ordnung und irgendwann wurde das so, dass es wehgetan hat und man sich fragte, spricht da gerade der Krieger mit mir oder der Jürgen? Namefrei erfunden. Mehrmals, ja, leider schon. Echt? Ja. Magst du ein Beispiel berichten, ohne Namen zu nennen? Ja. Also das Simpelste habe ich beim letzten Podcast auch schon mal kurz angesprochen. Ich war in einer neu zusammengestellten Gruppe, also ich kannte die Leute alle, aber wir hatten noch nie in der Konstellation miteinander gespielt. Und eine der Spielerinnen kannte ich als Bekanntschaft. Wir hatten aber noch nicht viel miteinander gespielt und mein Charakter war im Star-Wars-Universum eine Twi'lek, die ein Mundwerk hatte wie ein Seefahrer und sich auch fast so ein bisschen wie Ilariel immer so ein bisschen sehr wichtig genommen hat. Und die Spielerin hat das sehr auf mich projiziert. Also ich hatte zwar immer wieder am Tisch gesagt, also ich hatte sie beleidigt ingame und habe direkt danach gemeint, es tut mir so leid, ich schwöre, das ist mein Charakter. Aber das hat nicht geholfen. Und sie wollte dann, sie hat dann nichts gesagt, während wir am Tisch waren. Aber ich habe dann erfahren, dass die Gruppe deswegen nicht weitergespielt hat, weil sie dem SL gesagt hat, sie will mit mir nicht mehr spielen. Wow. Ja, ja. Also es lief nicht gut. Es lief so gar nicht gut. Aber kanntet ihr euch vorher? Ja, halt nicht sehr gut. Also wir haben uns über andere Freunde regelmäßig mal getroffen, aber wir haben nie viel miteinander zu tun gehabt. Hast du irgendwann rausfinden können, was da passiert ist? Nicht wirklich. Also ich nehme an, dass es daran lag, dass wir uns noch nicht gut genug gekannt haben und sie das dann mir nicht geglaubt hat, dass das mein Charakter ist, sondern dachte ich beleidige sie durch meinen Charakter oder ich habe irgendwas getriggert, von dem ich nichts weiß. Das kann natürlich auch sein. Das ist schwer zu sagen. Das ist leider nie aufgelöst worden. Ja, das ist immer ein Problem, wenn sowas dann hinterher im Raum stehen bleibt. Ja. Wir haben auch praktisch nichts mehr miteinander zu tun. Ich kenne das in beide Richtungen. Mhm. Also tatsächlich, wo ich es am häufigsten erlebt habe, ist, wenn Leute in einer Gruppe miteinander spielen, die sich eh schon nicht so hundertprozentig grün sind, aber halt miteinander spielen, weil das ist Freund von X, das ist Bekannte von Y und deswegen spielt man halt miteinander. Und man hat ja nichts. Ja, also es ist, nicht nur man hat nichts, sondern jemand fragt, hey, kann ich meinen Kumpel zum Rollenspiel mitbringen? Dann sagt man ja erst mal klar. So, ne? Und dann merkt man, zwei Leute sind sich nicht grün. Und dann habe ich auch schon erlebt, dass man sich das nie so ins Gesicht gesagt hätte, aber quasi die Charaktere benutzt wurden, um dem anderen eins reinzuwirken. Was war das denn für eine kleine nervige Werbefliege? Aber wo du gerade hier bist, schön, dass du dir unseren Podcast anguckst oder anhörst. Wenn er dir gefällt, dann lass uns doch ein Like da, schreib einen Kommentar hin, folge diesem Kanal. Und wenn du mehr Informationen haben möchtest, einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es alle möglichen Links. Da gibt es einen Link zu uns. Da gibt es auch einen Link zu Shiraki, die das hier mit mir zusammen macht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr entweder auf lurchundlama.de einkaufen und dort all eure Rollenspielprodukte bekommen, die ihr für die Zukunft braucht. Oder ihr schaut mal vorbei auf patreon.com slash lurchundlama. Link auch unten in der Beschreibung. Und schon ab drei Euro im Monat könnt ihr uns unterstützen. Tut euch nicht wahnsinnig weh, hilft uns aber sehr. Denn überlegt mal, wenn das zehn Leute machen, dann sind es schon 30 Euro. Wenn das hundert Leute machen. Oder tausend. Das waren dann oft so unausgesprochene Konflikte in der Gruppe, die sich mal so aufgebaut haben. Und die dann durch Kommentare am Spieltisch offen ausgebrochen sind. Das habe ich tatsächlich erlebt. Wo, ja, es gab dann eine Situation, da hat eine so eine, ja, im Prinzip eine Kenderin gespielt. Auch wenn, wenn es in ein anderes System übertragen war, es war jetzt nicht D&D. Und die ist auf, die hat ein Wildschwein als Reittier gehabt. Weil sie so klein ist. Und irgendwie wurde die Situation immer krasser. Und sie ist immer zickiger geworden. Der andere Spieler auch. Und die Sitzung endete mit dem legendär gewordenen Satz. Boah, heul doch, Schweinereiterin. So. Und daraufhin verließ die Spielerin den Tisch. Das war nicht schön. Ja, klingt nicht danach. Ja. Und ich habe in dem anderen Podcast von einer Rollenspiel-Situation gesprochen, wo das PVB für mich nicht so schön war. Mit den beiden Rittercharakteren. Mhm. Und das ist wirklich sehr in die Hose gegangen. Also, da habe ich sicher auch einiges mit so beigetragen. Und der Konflikt zwischen dem anderen Spieler und mir hat sich, weil wir nicht sofort darüber gesprochen haben, echt lange im Freundeskreis gehalten. Oh. So, und also der ist nie so offen aufgetreten, aber man hat sich dann immer seltener gesehen. Man hatte dann so dieses, oh nee, der kommt auch, dann bleibe ich heute zu Hause. Also wirklich so, es war eher so ein Ausweichkonflikt. Mhm. Ich habe damals meinen Charakter noch viel zu krass gespielt. Also es war wirklich, ich hatte die genaue Vorstellung, so funktioniert das, das ist Recht und Gesetz in dieser Welt und so hat man sich zu benehmen. Und habe leider den Fehler gemacht, dass nicht nur mein Charakter sich so verhält, sondern das auch von allen anderen erwartet. Mhm. So. Das Problem des Paladinspielers. Ja. 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 Tatsächlich. Und das ist in dieser Situation so eskaliert. Mhm. Und dann war es, war der Vorwurf von der anderen Seite auch nicht, boah, dein Charakter ist so scheiße, ja, das wäre ja in Ordnung gewesen. Sondern der Vorwurf von der anderen Seite ist dann durch den Charakter durchgekommen. Zu einem, boah, Alter, wenn du so spielst, dann kriegen wir das nicht hin. So, ne, es wurde dann nicht der Charakter angegriffen, sondern der Spieler dahinter, die Person. Und, ähm, ja, das hat sehr lange gedauert, bis diese Gruppe dann wieder gespielt hat. Also wir hatten, danach hatte diese Gruppe irgendwie zwei, drei Monate nicht mehr in dieser Konstellation weitergespielt. Oh, weih. Das war nicht schön. Ja. Und wodurch haben wir es aufgelöst, wir haben miteinander gesprochen. Ja. Jetzt gibt es eine Art SpielerInnen da draußen, die, ähm, für eine Rollenspielgruppe zum großen Problem werden können. Und zwar habe ich das leider dreimal insgesamt erlebt in meinen, naja gut, knapp 40 Jahren als Rollenspieler, ne. Also, ist ja, ist ja jetzt auch viel Zeit. Ist eigentlich ein guter Schnitt. Ist ein guter Schnitt. Und das sind Leute, die mit ihrem Leben, so wie es ist, sehr unzufrieden sind. Und Rollenspiel nutzen, um dort eine Situation zu schaffen, in der alles besser ist. Mhm. Ich verstehe, ähm, habe ich nur Probleme damit gehabt, wenn Leute ihren Charakter als, ich nenne das mal, äh, unschön und man möge mir den Begriff verzeihen, als Persönlichkeitsprothese benutzen. So, als, äh, ich will Dinge in meinem echten Leben nicht ändern, aus welchen Gründen auch immer, oder kann ich. Und, ähm, dann spiele ich den Charakter genauso, auf genau die Art und Weise. Und, äh, jeder, der einen Charakter spielt, der das anders sieht, greift mich damit persönlich an. Das habe ich dreimal tatsächlich erlebt. Und das war jedes Mal wahnsinnig anstrengend und konnte die komplette Gruppe sprengen. Ja. Ja. Das verstehe ich. Ähm, Saskia hat das, äh, so schön eingeworfen. Wir hatten ja auch Charaktere, die sich nicht grün waren, in der, äh, Bluse-Kampagne. Und haben das dann aber, äh, in der, in Off-Time, dann, haben wir miteinander gesprochen und haben dann die Charaktere entsprechend angepasst. Wenn du natürlich jetzt gar nicht bereit bist, den Charakter in irgendeiner Form so zu ändern, dass die Gruppendynamik funktioniert, dann haben wir natürlich ein Problem. Ja. Wir haben ja gleich mehrere Sachen an der Stelle. Zum einen merkt man, dass sogar in so einer harmonischen Gruppe, die sich echt, also wir sind fünf Leute, die sich gegenseitig lieb haben. Ja. So, wir, wir teilen nicht nur Rollenspiel, sondern auch, wenn im Privatleben was passiert, reden wir miteinander darüber. So, ähm, aber selbst bei denen kann es passieren, dass, wenn man Charaktere spielt, die sich nicht grün sind, man einfach nach der Spielrunde völlig erschöpft ist, völlig fertig. Ja. Und ich glaube, so ging es uns allen. Also ich als Spielleiter bin aus Runden rausgekommen, wo ich echt dachte so, boah, wollen wir diese Kampagne echt weiterspielen? Ja. Und, äh, Saskia hat das auch sehr schwer getroffen, dich glaube ich auch. Ja, ja, es war schon, äh, teilweise echt fies. Ja. Deswegen muss man auch, ähm, mit so Konflikten wahnsinnig vorsichtig sein. Also, ähm, manchmal ist es auch der Zeitpunkt. Mhm. So, also dann kann man so einen Konflikt in der Gruppe total gut spielen und der gleiche Konflikt ein paar Wochen später, weil im Privatleben irgendwas passiert ist, und er funktioniert gar nicht und tut einfach allen nur weh. Ja. Ja, leider. Ähm, ich hatte eine DSA-Runde, die erst sehr, sehr gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, obwohl die Charaktere sehr, sehr unterschiedlich waren. Also ich meine, ein, äh, Badocker-Elf, äh, der so alles so ein bisschen gemacht hat, wie es ihm gefällt, ähm, und eine Rondra-Geweihte. Ähm, und wir waren halt auch nur zu zweit. Das heißt, wenn wir, ähm, irgendjemanden platt machen wollten, dann konnten wir nicht, wie meine das gerne gemacht hätte, immer nur frontal nach vorne und wir hauen sie kaputt. Sondern da musste auch ein bisschen, nennen wir es mal taktisch, vorgegangen werden. Ähm, das war eine Zeit der Kompromisse und es hat sehr, sehr gut funktioniert, bis es dann irgendwann, ähm, nach zig Abenteuern nicht mehr funktioniert hat. Und ich glaube, bis heute auch, das war dann aber die Zeit. Mhm. Da war im Privatleben von uns beiden was los und dann hat es plötzlich nicht mehr funktioniert. Ja. Es, äh, es, äh, es kann tatsächlich immer wieder passieren, ähm, dass, äh, Dinge am Spieltisch passieren, die, äh, einen sehr arg mitnehmen. Wobei ich ja eigentlich raushöre, dass es eigentlich andersrum ist. Dass das Problem eigentlich gar nicht die Charaktere sind. Also nicht der Charakterstreit, der auf die Spieler überschwappt, sondern eigentlich immer irgendwelche Konflikte, die man im Real Life hat. Jetzt nicht zwangsläufig miteinander, sondern auch mit anderen, die man an den Spieltisch mitnimmt. Ich denke, ähm, zumindest fast immer. Ich glaube, ähm, der Streit am Tisch dann ist ein Gurkenglas. Ein was? Es ist ein, ein Gurkenglas. Es ist ein Symptom. Ah, stimmt. Jetzt, jetzt hab ich's. Die Gurken sind doch nur ein Symptom. Gurken sind nur ein Symptom. Also sind, 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 sind Charakterstreite, Streitigkeiten, die eskalieren, äh, Gurken. Ja, genau das hab ich gemeint. Ja. Das finde ich sehr gut. Ja, also ich, ich glaube auch, ähm, dass da immer, fast immer irgendwas, äh, entweder zwischen den Leuten war, oder dass jemand irgendwas mit an den Tisch gebracht hat, was in seinem Real Life gerade abgeht. Ja. Und dann, äh, passieren Dinge, die so eigentlich nicht beabsichtigt sind. Ich möchte euch da draußen deswegen vielleicht eine Sache mit auf den Weg gehen. Wenn ihr merkt, dass ihr eine Gruppe, die normalerweise funktioniert, wo auch mal Charakterstreitigkeiten sind, die kommen in der besten Familie vor, ähm, und da habt ihr so einen Abend, wo ihr merkt, das dringt durch, dass, äh, äh, die Grenzen verwischen und der Streit suppscht in die eigene Seele rein. Nehmt es doch vielleicht auch mal als Hinweis, denjenigen zu fragen, wie es ihm geht. So, ne, das ist vielleicht, vielleicht eine gute Möglichkeit, einfach mal zu sagen, du hör mal, das war heute irgendwie, irgendwie war das komisch heute. Ähm, ist alles okay bei dir? So, ähm, also, außer ihr seid selbst derjenige, bei dem es nicht okay ist. Es kann ja auch sein, dass das, äh, auf, auf eurer Seite des Ganzen liegt. Ähm, dann geht doch hin und sagt, das war komisch heute, vielleicht liegt es daran, ich hab heute super Stress bei der Arbeit gehabt und hab morgen ein Personalgespräch und weiß nicht, ob ich da noch meinen Job hab. So. Also, ähm, das, das wär, glaub ich, ne ganz gute Möglichkeit. Und ehe ihr alle, ähm, verzweifelt wegen Gurken, äh, dann sei euch berichtet, dass, äh, der Lurch und ich mal, äh, die Idee hatten, ein, äh, Buch zu schreiben, das nur aus Buchtiteln und der ersten Seite besteht. Und, äh, einer dieser Buchtitel ist, äh, die Gurken sind doch nur ein Symptom und es ist ein Beziehungsratgeber. Und es ist das klassische Beispiel, dass, äh, jemand beim Einkaufen, die Gurken vergessen hat. Oder, noch schlimmer, man hat sich am Abendessen auf paar Gurkchen gefreut und im Kühlschrank steht das Gurkenglas, aber es ist nur noch das Gurkenwasser drin. Und alle Gurken sind weg. So, und dann entsteht ein Streit und der Partner wird dann irgendwann sagen, boah, wir streiten uns hier wegen Gurken. Und dann ist die Antwort, die Gurken sind doch nur ein Symptom. So. Und, äh, deswegen ist die Gurken sind doch nur ein Symptom der Titel des Beziehungsratgebers, den, äh, der Lurch und ich nie geschrieben haben. Aber es war so eingängig, dass das bei uns ein geflügeltes Wort ist. Bei Jan und mir auch. Die Gurken sind doch, die Gurken sind doch, es geht doch nicht um Gurken. Ja, und, äh, solche Gurken gibt es auch am Spieltisch. Und zwar eine Menge. Weil da sitzen fünf Leute oder sechs oder vier. Das ist ja immer so die Zahlen meistens, mit denen man sich da so trifft. Und jeder von denen hat einen anderen Tag gehabt. So, also, ähm, jeder von denen hatte andere Erlebnisse in der Woche. Und deswegen funktionieren Dinge manchmal nicht, die vorher funktioniert haben. Also, wenn ihr euch mal drauf geeinigt habt, PvP ist in Ordnung, kann es sein, dass es einfach mal einen Tag gibt, oder einen Monat, oder auch zwei Monate, wo ihr sagt, ey, im Moment kann ich das gar nicht. So, und da ist, ähm, der wichtige Punkt, sagt euch das. Und wenn ihr es merkt und jemand hat es nicht gesagt, fragt. 95 Prozent aller Gruppenkonflikte liegen an mangelnder Kommunikation. Bist du mal aus so einer Situation dann wieder rausgekommen? Also, hattest du das mal, ist eskaliert, bist nach Hause gegangen und dachtest, boah, mir gehen die alle auf die Nerven. Das hatte ich mehrmals. Rausgekommen bin ich, glaube ich, bis jetzt nur wirklich bei uns verrunde. Mhm. Weil wir wirklich drüber geredet haben. Ja, ne? Ja. Dann hatte ich einmal eine Runde, wo ich versucht habe, drüber zu reden. Da haben wir aber leider gemerkt, also wir hatten versucht, in einer neuen Session Zero das mal anzusprechen, was wir nicht so gut finden am Tisch, ob man da was ändern könnte, was wir gut finden. und haben leider feststellen müssen, dass der SL alles, was wir angesprochen haben, als böswillige Kritik auffasst und wir nicht wirklich auf einen Nenner gekommen sind. Ja. Also, wir haben leider festgestellt, dass das, was wir als Rollenspiel haben wollen, das komplett anderes ist, als das, was er möchte. Und dass wir nicht zueinander passen, was unsere Präferenzen im Rollenspiel angeht. Das muss man manchmal feststellen. Tatsächlich, glaube ich, ist einer der Vorteile und Nachteile von unserer Mittwochsrunde, von unserer Streaming-Runde, dass man nicht so einfach aufhört. Man weiß, in dieser Runde aufzuhören, wäre ein größerer Akt, weil da draußen gibt es Zuschauer. Und denen müsste man das dann ja erklären, warum man plötzlich aufhört. Und deswegen sind wir quasi gezwungen, also extra in Anführungsstrichen, wenn wir mal einen Konflikt haben, den zu klären. So, also, wir haben nicht so eine leichte Möglichkeit, einem Konflikt auszuweichen. Weswegen wir es in der Bluserunde hatten, dass wir gesagt haben, Leute, es macht keinen Spaß gerade. So, wie wir spielen, haben wir keine Freude. Und das merken die Leute da draußen. Wir müssen das ändern. Lass uns das ändern. Ich glaube, dass das eine Situation ist, in die wir mit den Hexencharakteren niemals kommen werden. Ich glaube auch, dass das am privaten Spieltisch eine Situation ist, in die wir niemals gekommen wären, weil du am Spieltisch einfach mal kurz OT gehen kannst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das schon gereicht hätte. Ja. Aber die Möglichkeit hast du in einem Stream nicht. Aber das war ja am Ende auch unsere Lösung, dass wir gesagt haben, dass wir uns jetzt einfach mal an den Tisch setzen und die Charaktere mal am Tisch spielen und nicht online. Und zack, war der Konflikt weg. Ja. So, ne? Also auch mit vorher drüber reden, dass wir jetzt, ich weiß, das ist die stringente Charakterstory, aber vielleicht müssen wir davon jetzt ein Stück abbiegen, damit die Charaktere funktionieren. Wir haben unsere Charaktere dann alle umgebosselt. Saskia und ich haben uns in den Arm genommen. Ja. Und wir haben am Tisch gespielt und dann war alles gut. Dann war alles wieder schick. So, ne? Also, nehmt euch ein Beispiel daraus. Äh, daran. Davon. Damit. Damit. Dagegen. Weiß ich nicht. Irgendwas. Irgendwas mit Beispiel. Ähm, wenn ihr mal so eine Situation habt, versucht doch mal der Situation nicht auszuweichen. Also, keine Abstimmung mit den Füßen und sagen, ähm, ich, ich, ich lass die Gruppe. Ich bin da raus. Sondern, redet erst mal miteinander. So, sagt gerne den anderen, was euch stört. Und jetzt kommt der Trick. Ihr geht nicht hin und sagt, boah, mich stört's total, dass du deinen Charakter so spielst. das ist ein, ein Angriff und führt bei den meisten Fällen dazu, dass die andere Person sich verteidigen wird. Also, geht hin und sagt zum Beispiel, ich hab gemerkt, dass das Spiel bei uns sich gerade nicht gut anfühlt. Ich geh unglücklich aus den Spielrunden raus und ich würd gern rausfinden, ist das bei euch auch so und wenn ja, wie können wir das gemeinsam lösen? Also, ja, immer von sich und seinen Gefühlen sprechen. Exakt. Ja. Nicht, nicht auf den anderen zeigen, sondern immer sagen, was macht das, was da passiert mit mir? Ich empfinde Dinge so und so. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und nicht direkt in oder nach der Spielsitzung. Und wenn es was ist, was mit einem anderen Spieler ist, vielleicht auch einfach weg vom Rest der Gruppe. Ja. Einfach mal jemanden zur Seite nehmen und mit ihm sprechen. Also, Grundregeln der Konfliktlösung, such das Gespräch. Nummer zwei, nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah dran. Also, nicht direkt nach der Spielsitzung sagen, boah, das war scheiße heute. So. Ich bin total genervt, sondern wartet bis zum nächsten Tag und macht euch auch keine Notizen an dem Abend, sondern wartet bis zum nächsten Tag, denn dann die Sachen, an die ihr euch dann noch gut erinnert, sind die, die euch wirklich stören. Alles andere war Ballast, der keine Rolle gespielt hat. Wenn ihr dem anderen erzählt, was euch stört, redet über euch selber. Redet darüber, wie ihr euch fühlt mit der Situation und nicht darüber, boah, solange du das machst, kann ich echt kein Rollenspiel machen. So, das ist ein schlechtes Beispiel, sondern formuliert auch Wünsche. Ich würde mir wünschen, dass wir XY tun. Kriegen wir das irgendwie hin in der Gruppe? Was kann ich tun, damit das in der Gruppe besser funktioniert? Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Ich merke, unsere Gruppe funktioniert gerade nicht. Habt ihr eine Idee, was ich tun könnte, um das zu verbessern? Das sind Möglichkeiten, wie man aus so einem Konflikt rauskommt. Und als letzter Schritt, wirklich als allerletzter Schritt, vielleicht zu merken, in dieser Konstellation, so wie es ist, bekommen wir den Konflikt nicht gelöst. Und dann ist es vollkommen legitim, zu sagen, ich hab euch alle furchtbar lieb, aber Rollenspiel in dieser Konstellation funktioniert für mich nicht. Lass uns zu einem Filmabend treffen oder Brettspiele machen oder was auch immer. Oder vielleicht in einer anderen Konstellation spielen. Sehr, sehr gerne. Aber so und in dieser Konstellation ist das für mich wahnsinnig anstrengend und da hab ich gerade keine Kraft für. Hab ich auch schon gemacht? Ich habe danach gemerkt, dass schon die Hälfte der Gruppe dafür Verständnis hatte und ich dann gemerkt hab, dass die andere Hälfte der Gruppe wahrscheinlich dafür verantwortlich war, dass es so anstrengend war. Ja. So, und dann muss man vielleicht auch mal in Erwägung ziehen, zu gehen. Und nicht sagen, die Gruppe ist kacke, solange er drin ist, wir müssen den rauswerfen. Sondern einfach sagen, nee, die Gruppe funktioniert so nicht für ich, zieh mich selber aus der Gruppe zurück. Hast du noch einen Tipp für die Menschen? Ach, ich finde, du hast das eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Ich finde eben auch wichtig, dass man sich behält, gerade bei einem Hobby wie Rollenspiel. Es gibt eben zig verschiedene Arten, wie Leute Rollenspiel spielen wollen und wie viel Crunch und Fluff ihr da drin haben möchte in seiner Runde und Charakterkonflikte etc. und ich finde es gut, wenn man das nicht wertet, sondern einfach sagt, du möchtest eine andere Art von Rollenspiel, als ich das gerne hätte. Wir können weiter befreundet bleiben, aber ich möchte einfach in der Konstellation nicht spielen. Und ich finde, das ist legitim für jeden und das hat nichts mit, du machst das falsch oder ich mache das richtig zu tun, sondern einfach, wir wollen was anderes vom Spiel. Ja, sehr richtig. Und am Ende gibt es diesen sehr, sehr wahren und guten Spruch, den eine ehemalige Chefin von mir mal fürs Leben mitgegeben hat. Hallo Simone, wenn du das siehst, vielen Dank dafür. Love it, change it or leave it. Das sind Entscheidungen. Entweder du liebst das, was du tust, du änderst das, was du tust oder du lässt es. Für alles andere ist das Leben zu kurz. Ganz ehrlich, es macht keinen Sinn, irgendwas dazwischen zu tun. In diesem Sinne, danke, liebe Shiraki, für den tollen Talk. Danke euch fürs Klicken und Zuschauen und auch danke für die vielen Likes, die ihr jetzt an diesem Video hinterlasst. Im Voraus. Ja. Und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was für Situationen ihr hattet. Hattet ihr irgendwie spezielle Gruppenkonflikte? Wie seid ihr da rausgekommen? Wie seid ihr vielleicht nicht rausgekommen? Was hat das mit euch gemacht? Habt ihr vielleicht noch andere Tipps, als die wir jetzt gegeben haben, wie man sowas auflösen kann? Schreibt euch das gerne. Auch gerne, wenn ihr sagt, ich hab hier gerade einen Konflikt in der Gruppe, könnt ihr mir vielleicht helfen. Schreibt doch das mal rein. Denn es schreiben ja mehrere Leute unter so Videos. Und vielleicht findet sich da jemand mit genau der richtigen Lösung. Und wenn ihr das nicht unter dem Video macht, kommt gerne auf unseren Discord und fragt da. Da gibt es ganz viele Leute. Gibt es bestimmt auch Leute, die für euer Problem eine Lösung finden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also liken, kommentieren. Und wir haben festgestellt, circa 50 Prozent der Leute, die diese Videos gucken, folgen diesem Kanal noch nicht. Jens! Da muss man doch was machen. Da muss man was machen. Ganz einfach Kanal folgen. Alles klar. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Und wir verbleiben als euer Lama und eure Shiraki. Bis dann. Tschüss. Ciao.